Hallo und herzlich willkommen zu Vaktor und der ersten Runde mit The Crew und es ist die letzte und letzte Story Runde und dabei ist der Sachsen-Letz-Player Lesion, der Teko Hallo Und der Wegmein ist Hallo Leck mich am Arsch Geht ja schon wieder gut los hier Ja Mit Cray Scheiße, letzte Story Mission Oh yeah Und danach bauen wir nur noch Blödsinn Danach machen wir nur noch Scheiße Wir werden wahrscheinlich auf jeden Fall mal Ähm, wie heißen diese Events? Fraktionsmissionen Ach ja, diese Fraktionsmissionen Genau, das steht danach auf dem Programm Lange Fahrten, unbekannte Gebiete entdecken, sowas alles machen Jawohl, ja Das ist auf jeden Fall chillig Vor allen Dingen diese Fraktionsmissionen, da freue ich mich echt schon drauf Die sind übel Die gehen ja auch mal zwei Stunden, ne? Du bist zu vier Stunden dauern? Ich habe da das eine Tino, dir euch das Bild geschickt, ne? Ja, das waren 127 Minuten, die du gebraucht hattest, glaube ich Können wir eben nochmal nachgucken Platz da Ja, 129 Minuten bin ich gefahren Ja Zwei Stunden, neun Minuten Das ist das einmal außenrum Krass So, auf geht's Wie lange bist du da gefahren? Eine Stunde, neun Minuten Äh, zwei Stunden 129 Minuten Zwei Stunden, neun Minuten Ja, geil Das machen wir mal Das war auf jeden Fall cool Das tut immer dem Finger weh Oh, was ist jetzt da? Alter, der hat eine Knarre Oh oh Was soll das? Der hat eine Knarre Wer bist du, Bro? Alex Taylor V6 Mein Bruder war Dayton Taylor Die sind Gesichter, die wissen, wer er war Ihn respektierten? Alex Taylor? Dick, ist kleiner Bruder Ich war das Schiff Ambassador Bridge Du hast ihn erschossen Heiskalt abgeknallt, weil er dir im Weg war Das sagst du Aber wenn es wahr ist Warum drückst du nicht ab? Mach doch Wir sind 510s Wir klären das auf der Straße Ein V8 weiß das 510 Polken 510s Du trägst Dayton's Tattoo Schiff Und ich will es zurück Du willst den V8, ha? Legen wir los Bombo, ey Ich will alles bei mir hast Voll die Spannung Ja, sieh du ist viel zu weich geworden Dann nehme ich dir die Krone Bist du nichts Ja Das ist doch die Terminator Musik Das ist aber auch so eine Sache Du hast meinen Bruder umgebracht Jetzt fahren wir in den Rennen Ja, nee Ich hätte ihn abgeknallt Eindeutig Aber okay Wir wollten ein Rennfahren nach vermeiden Ach, aber wieder mit ein paar Frauen Boah, was wäre das denn für ein Boah, lassen wir alle in den Rennen Das stimmt Und auf Schiff wartet schon eine Überraschung Anwälte Und dass du nicht geschossen und dein Leben weggebracht hast Alter, Alter, Leute Du schaffst das Konzentrier dich Schlag das Arschloch Schlag das Arschloch Schlag das Arschloch Ja, das ist mir auch Wieso haben wir ihn eigentlich nicht geschlagen? Das wäre ein Minimum gewesen Vielleicht können wir den ja noch Vielleicht stirbt er ja im Auto Fuck Im Auto fang brennend Hallo Hallo Wo sind wir durch? Danke Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Was im Rumgeerhebeln Die Bude Was habe ich denn da gerade gemacht? Ich bin dann hier vorbeigefahren Mehr habe ich nicht gemacht Ich habe da nichts gesagt Nee, ich meine Craps Weil er meinte Ja, cool Rattung der Schuld Das ist bestimmt wieder nichts Nein, nein, nein Ich glaube ich war das Nee, oder? Keine Ahnung Also ich meine Ich habe nichts gemacht Ich habe ihn überholt Ich bin auf jeden Fall Bei Randy und Craps Ich weiß, ob ich ein erwischt habe Aber ich bin letzter Ganz hinten Seit fast Der erste Ach, das geht mir immer so Oh, übel Alter Ist die Kurve krass Ja, und jetzt Hat er mich noch überholt Weil er die Kurve besser bekommen Als ich Ich habe einfach nur abgefunden Ja, ja Das halte Ich habe auch besser bekommen Oh, ein Geldtransporter Und ein NPC von vorne Sehr geil Gehe ich drauf Warum fährt man so ein Rennen, bitte? Schön die Berge hoch 34 34 Shakecoins Ach, das hat er ja gesagt Das geht ein bisschen länger Ah, die habe ich auch gesehen Okay, dann sollten wir uns jetzt ruhig verhalten Oh, krass Auch noch ein Dreiteiler Ach, das ist ein Dreiteiler Aber ist natürlich auch klar Wenn es die letzte Mission ist Kann man es nicht mehr nehmen Boah, Randy, Alter Du kommst Du bist viel schneller Wie der Lambo Naja, ich feuer mal langsam Dass ich nicht gegen jede Dings knallere Aber da ging es ja gerade aus Also ohne Scheiß Bin es voll an sich Also übelst schnell an sich rankommen Ja, das ist klar Alter, die Kurven hier Die zwei Die sind echt zu krass Und NPCs von vorne Das sind direkt so auch in Kurven Ja Das ist ein nervigstes Fuck off Alter Oh, Randy hat es erwischt, oder? Nö, nö Ich bin bloß gegen Strahle Oh mein Gott Du kannst es zurücksetzen Habt ihr allwind Oh man Ich hasse es ja nicht Die Kurven Wenn ich zu stark abdrehen Dann die Kurven nicht kriege Weil ich sie zu eng nehme Ja Vor allem wenn da eine Betonmauer steht Richtig Richtig Ich bin nicht auch dran gefahren Das ist immer richtig nervig Da denkst du dir Komm, jetzt bremst du extra schön ab Vorsicht, Randy Uiuiui Danke Raps, könntest du dich ein bisschen vorkämpfen Und das Getraut mich nicht nach links zu gucken Auf dem Monitor Wieso hast du da eine extra Anzeige Über die Position oder sowas Na, da steht da links Welchen Platz du bist Achso, meinst du das? Ich hab ja wirklich Stacher Blick aufs Auto Und der steht hier mitten im Weg Dieser NPC Und alle können besser an dem Vorbeifahren als ich So behindert immer Du fährst im Mikro Siehst nichts In der Sternen Genau da An der Baganis OP Alter Ohne Scheiß Ich glaub das ist jetzt schon schneller Wie Randy's Lambo Und wenn die 300 Punkte mehr Wie ich Über 250 Punkte Na ja, kommt noch an Was halt Die Lambo sind halt alle Ich hab ja meine Autos Alle Versteunigung Ja, der Baganis Ja, einfach nur ein Carbon-Monster Da besteht ja aus Nichts anderem Wie Carbon So ungefähr Also in echt Gut, das wird jetzt Spiele Oh man Na gut Doch, es gibt ja Gewicht, oder? Es gibt ja Gewichtsreduktion Ja, es gibt ja Gewichtsreduktion Wenn der super leicht ist Und hat Haufen PS Oh, der Interessiert sich gerade Vor mich zurückgesetzt Obwohl der hinter mir Sorry, sorry Ja Nicht Haben die nicht gesehen Sorry Ja, genau Und jetzt Ich hab keine Augen Bin ich von Vier wieder auf Sieben Aber du bist dran Ich war gerade dabei Deco zu überholen Das zieht doch wieder Ja Weil sich ein NPC Vor mir zurückgesetzt hat Ja, Klauch Ich wär dritter gewesen Ja, das ärgert einen Ja, natürlich ärgert einen Aber wir können da Nichts gehen wie nicht für Nee, ist ja Ist ja klar Der die abgeben Neue, der Pagani liegt aber echt krass vor Ich weiß nicht, wie weit seid ihr weg von mir Kilometer Ich bin von dir Alter 1,5 Grad war es noch 11, die ich Vorsprung hatte Der Lambo kommt ja gerade auch nicht aus der Paddel in den Scheiß Überall liegt was rum Ja, das solltest du versuchen nicht dagegen zu fahren Weil das bremst gut ab Ja, ist ja Standort Wenn ich einen Lambo mit 300 Pappkarton schmeiße Der Bremser noch Dann liegen Autoreifen, glaube ich, oder? Ja, Autoreifen und Pappkarton Sie tun schon mehr wie bei 300 Gibt ne dicke Beule Ich bin immer so krass wie die NPCs Einmal ohne aus der Spur zu kommen Alles wegrammen können Einmal gar nichts ist natürlich auch schon Monster mit 962, ne? das ist gut auf jeden fall 25 sekunden was er das habe ich habe 849 895 schulbus schulauto ich bin im ziel leute aber auch immer geschmeidiger ich glaube nicht mal rennen die schafft stadt 31 sekunden vorsprung bei mir hattest du 2,7 kilometer vorsprung boah alter der pagani geht wie sau ey doch doch da komme ich dran wie gesagt ein 30 sekunden standen bei mir da ich habe checkpoint 30 von 34 ok ja gut wenn jetzt der scheiß npc nicht gewesen wäre ja wäre reingekommen hätte sich jetzt der npc nicht wahrgestellt boah krass einer pagani ist ja echt krass hätte ich nicht gedacht umsonst so teuer ja 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 stark fahren bis in die laterne kaputt das ist soweit schiff gib auf niemals ich gebe nichts auf niemals sag ich doch dachtest du das wird so leicht ich verkaufe dafür bringe ich dich an ok offroad hin dann fort geht die 40 ja wahrscheinlich wieder das gleiche auf dort fahren und du merkst es nicht mal ich hole ich dir schiff gut machen wie soll man den kriegen geradeaus durchfallen würde ich sagen was gerecht selbst ich war rechts vorbei ich habe dich diese schon aber krebs hat gut abgekürzt glaube ich ja oh nice krebs nice nice da hat er keine chance da kommt er nicht weg haben wir auch noch mal voll erwischt hab ihn noch mal ich habe ihn auch noch mal voll erwischt aber das war ich ja du warst auch immer auf Busch und dann wird ihn ja aber die FWC können hier wieder super fahren ach ne oder er hat ah da war er doch oh wer war das krebs warte da unten ist er wenn die kriegten glaube ich ich krieg'n ah fuck war das knapp fuck wenn ihr pass auf er kommt von hinten jetzt naja ja hab ihn einmal noch berührt boah hab ich gedreht lol hab ich den ja ich bin reingefahren ja aber bin ich abgezogen ne aber er hat 17 ab jetzt können wir doch hin ja oh jetzt warte 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 jetzt sollten sich da boah was ist das boah immer noch 2 ja jetzt ist er da ja voll gerammt ja oh das ne schade oh das schöne fort hm 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 meinte kommt noch eins ne hm 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 stimmen ja hm hm Oh, ein anderes Headquarter, wenn du weißt. Oh, die Grafik ist der Hammer, oder? Ja, die Anfangssequenz, die lass ich jetzt mal laufen. Die Straße ist mein Leben. Rennen meine Welt. War immer so. Wird immer so sein. So bringe ich die Dinge ins Lot. Es hat mich viel gekostet. Mein Bruder? Fünf Jahre Knast. Aber ich bekam eine Crew. Die Five Tens. Meine neue Familie. Das gleicht es wohl aus. Die Straße ist mein Leben. Ich fahre weiter. Und ich bin nie allein. Der Crew. Nice. Alles aufgedeckt. Alles aufgedeckt. Der hat sich leider noch schon. Der ist zweimal. Alles aufgedeckt. Was? Ich brauche dich, Alex. Wie geil. Wie das noch ist, ne? Oh, ist ja der Hammer. Bin ich nicht. Wir treffen uns da draußen. Oh, doch nicht aufgedeckt. Okay, warte. Oh. Warte. Und da haben wir die Credits. Nice. Hier, aber bei uns wird es noch weitergehen. Definitiv. Ja. Wir haben uns nämlich gesagt. Ihr könnt ja die Credits wegklicken und dann einfach die Straße weiter geradeaus fahren. Bis zu diesem Monument da. Und dann habt ihr auch die Grenze zu Mexiko. Okay. Man kann die Credits auch beschleunigen hier. Da haben wir ein paar Leute, die daran beteiligt waren. Da, wo die Straße ist, einfach weiter an der Dings weiterfahren. Genau, Crabs. Warte mal, warte mal, Crabs. Ich fange gleich mit. Welche Straße? Ja, wo Crabs sitzt. Richtung mir. Du siehst doch, wo ich bin. Ja. Da hin. Okay, ja, Leute. Wie Crabs schon gesagt hat, es wird auf jeden Fall noch weitergehen mit der Crew. Wir wollen noch einiges machen hier. Viel Blödsinn bauen. Die Story haben wir auf jeden Fall erstmal durch. Das ist schon mal echt nice. Und bis jetzt war es absolut mega, oder? Es macht einfach nur Bock. Ich bin es halt auch immer wieder. Es war seit langem wieder ein Rennspiel, was mir wirklich viel Spaß gemacht hat. Aber es ist halt auch dieser eben zu viert spielen, ne? Dieses mit der Crew. Das ist, ja. Hier ist die Grenze zu Mexiko, ne? Da kann ich nicht durch. Ich auch nicht. Natürlich. Da hinten ist auch Mexiko. Ach so. Da können wir nicht durch? Nee, aber das Monument schaue ich mir da jetzt nicht vor. Ah, okay. Mexikanische Grenze. Und da kommen mal so die Drogen. Die Crew hatte ich auch vorher gar nicht auf dem Schirm, sag ich mal. Bevor es rausgekommen ist. Hm. Ja, okay, was nun das? Ja, ein Rennspiel und so. Kannst du zu viel spinnen? Okay, guckst du dir mal an. Das ist im Endeffekt ziemlich geil. Ja. Da habe ich ja mit, ich bin schon die Beta gespielt gehabt. Genau, wir hatten ja die Beta und noch ein paar Stunden war es einfach nur Hammer. Das stimmt, aber es war wirklich nice, also muss man sagen, ich glaube auch ziemlich cool gewesen, hat gepasst. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, werden angewacht. Ach so, ja. Nee, doch, ich habe angefangen. Ja, ich sage mal, auf Wiedersehen und auch wenn es doll vorbei ist, wir sehen uns morgen wieder. Mit einer Menge Blödsinn. Tschüss. Tschüss. Oh.